Musik Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung und gleite zurück in die Bauchentspannungslage. Deine Augen sind geschlossen, deine Aufmerksamkeit verweilt in deinem Anahata-Chakra. Bringe beide Arme gestreckt unter deinen Oberkörper, falte die Hände ineinander und lege die Daumen nebeneinander auf den Boden. Setze deinen Kinn auf. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Spanne deine Po- und Beckenbodenmuskulatur fest an und ziehe mit der nächsten Einatmung beide Beine gestreckt nach oben in die Heuschrecke. Schalab-Asana Dein ganzer Körper ist unter Spannung. Schalab-Asana öffnet die Chakren in der feinstofflichen Wirbelsäule und wirkt stark aktivierend. Benutze deine Arme als Hebel, um dich noch weiter nach oben zu ziehen und deinen unteren Rücken zu schützen. Bringe deine Aufmerksamkeit in dein Halschakra, Bishudha-Chakra und visualisiere ein klares Hellblau. Atme tief und genieße die Kraft in dir, mit der du alles erreichen kannst, wonach du dich sehnst. Mit Ruhe und Gelassenheit finde ich immer die richtigen Worte und erfreue mich an meinen Ausdrucksmöglichkeiten. Löse mit der nächsten Ausatmung ganz langsam die Stellung. Komme wieder in die Bauchentspannungslage und genieße die Wellen der Entspannung, die deinen Körper jetzt durchfluten. Deine Augen sind geschlossen, deine Aufmerksamkeit verweilt in deinem Vishudha-Chakra. Deiner Augen Statamin Deine Augen Dinos